Jo, tschüss Leute, Captain Nive hier am Start. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, fand ich jetzt ziemlich cool die Aktion von dir, Dirk, dass ich deine Messer von Realsteel hier mal geschickt bekommen habe von dir und ich die vorstellen darf. Das hat mir wirklich super, super gut gefallen, dass du hier das Vertrauen in mich hast und mir die Messer einfach mal zukommen lässt. Finde ich ganz klasse. Ich habe wirklich Bock drauf, die Messer auch vorzustellen von Realsteel. Die sind verfügbar in deinem Shop. Messer & Co. werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung mit reinhängen, den Link zu deinem Shop. Und ja, es sind wirklich coole Teile für günstiges Geld und was mir super, super gut gefällt an Realsteel ist einfach, dass da einfach wirklich keine Ideen geklaut werden von irgendwelchen anderen namhaften Messerherstellern, sondern die wirklich ihr eigenes Ding durchziehen, also wirklich eigene Modelle rausbringen, wie jetzt hier das Sea Eagle, um das es heute geht. Und das finde ich schon mal richtig cool. Ja, ein eigenes Design hier auch von Realsteel, das Sea Eagle, das E771. Ist ein cooles EDC-Knife, ein cooler Flipper, hat hier keine Daumenpins, also lässt sich wirklich nur über den Flipper öffnen. Zeige ich euch natürlich gleich noch die Action. Und ja, wir fangen jetzt mal wirklich mit den Griffschalen an. Die sind hier jetzt aus G10 gefertigt. Da gibt es noch eine andere Variante mit Carbon-Griffschalen, was nochmal eine Ecke cooler ist. Aber auch so sind die wirklich schön konturiert, wie bei einem, ja, Spyderco Tenacious fühlen die sich hier an. Also sind wirklich griffig, aber jetzt auch nicht, ja, sind auch nicht wirklich aggressiv oder sowas. Die liegen schön weich in der Hand, aber sind trotzdem, ja, griffig auf jeden Fall. Super cool clean auch hier gehalten mit den zwei Sechskantschrauben hier. Einmal hier vorne als Achsschraube und einmal hier hinten nochmal zur Befestigung des Messers, wo dann auch der Edelstahl schmale, schlanke, ja, Pocket Clip mit dran ist. Also wirklich auch cool. Hier ist nochmal das Logo von Realsteel Knives drauf auf dem Pocket Clip. Und ich finde den ziemlich cool. Der passt gut zur schlanken Linie des Messers und, ja, finde ich, macht schon was her. Der hält auch gut in der Hosentasche, habe ich schon getestet. Ist ein bisschen stramm, muss ich sagen, aber ansonsten, ja, das Messer hält auf jeden Fall gut in der Hose und man bekommt es auch leicht wieder raus. Diese G10 Griffschalen, die sind ein bisschen kleiner gestaltet als die Platinen hier unten, die aus Edelstahl sind. Finde ich, gibt dem Messer nochmal einen coolen Look. Also einfach ein schönes Design-Element, dass hier noch die G10 Schalen durchblitzen. Passt auch wieder gut, ja, zum Griff hier, zum Pocket Clip, Entschuldigung. Passt hier auch, finde ich, wieder gut, dass man einfach, ja, einfach hier nochmal das Edelstahl zu sehen bekommt. Und, ja, eben der Pocket Clip ist ja auch aus Edelstahl. Also, finde ich, passt hier gut. Die andere Seite, natürlich auch ein G10. Jetzt sage ich, es ist hier leider schon ein bisschen schmutzig, weil ich es hier gerade aufs Moos gelegt habe. Naja, ja, man sieht schon ein bisschen, es ist schon ein leichterer Schmutzfang, das G10, mit dieser Oberfläche. Also man sieht dann schon mal langsam diesen Schmutz drauf. Ja, stört mich persönlich jetzt nicht so, weil das soll ja auch ein Gebrauchsmesser sein. Aber das weiß ich nicht, ob das jetzt den einen oder anderen stören könnte. Ich weiß es nicht, wie es bei den Carbonschalen ist. Die sind, glaube ich, ein bisschen glatter. Da hängt vielleicht nicht so schnell was drin. Das weiß ich nicht genau. Naja, müsste man noch auschecken einfach. Genau, Rückseite vom Messer. Hier haben wir auch einen richtig großen G10 Backspacer mit drin, der sich fast über den ganzen Rücken des Messers, ja, erstreckt sozusagen. Und wir haben hier noch eine schöne Stand-Off, äh, eine Stand-Off, ähm, ja, ein Stand-Off mit drin, auf jeden Fall. Der liegt wirklich auch toll an. Und es gibt hier wirklich kaum Spaltmaße. Also wirklich ganz, ganz toll hier die Verarbeitung auch von Reef Steel. Also hier am Backspacer sieht man eigentlich gar keinen Übergang, spürt den auch gar nicht. Und, ähm, auch beim Stand-Off selber ist hier wirklich kein Spalt vorhanden. Also finde ich cool, was hier für ein Low-Budget-Messer wirklich geboten wird. Gut, ich habe ja schon gesagt, das Messer lässt sich nur bei den Flipper öffnen. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir möchten uns noch schnell den Klingenstand angucken. Und wie wir sehen können, ist der super. Also da steht wirklich alles bombig in der Mitte. Wirklich super klasse. Also toll eingestellt auf jeden Fall auch. Und wir gucken uns mal die Action an. Ja, der Flipper hier oben finde ich gut erreichbar auf jeden Fall mit dem Finger. Der hat hier kein Chimping drauf. Mag ich auch ganz gern. Weil wenn der Flipper gut dimensioniert ist und eine gute Form hat, dann braucht man das Chimping auch gar nicht. Und es ist einfach freundlicher für unseren Zeigefinger. Und hier sehen wir schon die Action. Also wirklich eine super, super smoothe Action. Das hat natürlich, das ist natürlich dem Kugellager geschuldet, wo das Messer, wo die Klinge eben drauf läuft. Das macht schon einen ganz, ganz, ganz smoothen Klingengang hier. Ich muss mal gucken, ob wir sie vielleicht sehen können. Ich weiß nicht, ob mein Zoom soweit mitspielt. Naja, wird schwierig. Auf jeden Fall, hier ist die Klinge auf jeden Fall Kugel gelagert. Und dadurch läuft die wirklich butterweich. Also wirklich eine tolle Action hier. Ich muss hier gar keine Kraft drauf geben auf den Flipper. Und auch die Klinge selber, die läuft wirklich super, super gut. Nur ein kleiner Push hier drauf. Und schon schießt die die Klinge raus. Sehr, sehr cool. Also eine wirklich ganz, ganz grandiose Action für so ein günstiges Messer. Also das ist wirklich auch, lädt hier förmlich zum Spielen ein. Toller Sound, mir auch immer wichtig. Und die Klinge finde ich auch ziemlich cool. Passt wirklich grandios hier zum Heft, also zum Griff des Messers. Macht hier einfach eine schöne Linie. Ja, hier oben wirklich eine Daumenrampe noch mit drauf. Mit Chimping, mit feinem Chimping. Wo wir wirklich das Messer auch sicher führen können. Den Daumen ablegen. Das ist wirklich wieder nicht so aggressiv. Bietet genug Halt zum Arbeiten. Und auch das Messer an sich liegt gut in der Hand. Wirklich eine gute, gute Handlage. Richtig gut. Klingengang, wirklich ganz toll. Also ich brauche hier nur ein bisschen schütteln. Und flop. Leitet hier die Klinge zurück in den Griff. So soll es natürlich sein. Aber, also ihr müsst hier wirklich beachten, das Messer kostet, ich glaube neu sind wir bei 69 Euro. Aber ich glaube, ich habe es jetzt auch schon für 59 gesehen. Da musst du ja einfach nochmal reingucken beim Dirk im Shop. Und für so eine Preisklasse ist das wirklich eine super, super coole Action. Da können sich so manche Custom Messer was abschneiden von der Action. Cool. Also richtig, richtig spaßiges Messer. Was mir auch noch gut gefällt, klar die Klinge selber gefällt mir gut. Das ist eine lange, schmale Klinge. Wir haben einen Flachschliff hier drauf. Und die kommt auch ordentlich scharf hier an. Also es ist wirklich richtig schön scharf, die Klinge. Das ist auch ein toller Stahl. Der 14C28N ist das. Also wirklich ein guter Stahl. Auf jeden Fall besser als ein AOS 8 Stahl, würde ich sagen. Und als ein 8CR13MOV, würde ich mal sagen. Also wirklich ein toller Stahl, was hier verwendet wurde. Der Sandvik Stahl, den mag ich sehr gern. Und ja, für den Preis super. Also wirklich auch toll hier der Klingenstand. Klingendicke. Sind wir bei 3,5 Millimeter, was ich ganz gut finde. Ich hätte es mir sogar noch ein bisschen dünner gewünscht. Weil es dann einfach nochmal besser schneiden würde, das Teil. Ja, aber 3,5 ist okay. Dürfte für mich noch ein bisschen dünner sein, auf jeden Fall. Wir haben hier auf der Klinge nochmal hier den Schriftzug von Real Steel mit drauf. Und auf der anderen Seite sehen wir nochmal das Modell E771. Und Sea Eagle natürlich die Bezeichnung von unserem Messer. Dann haben wir hier noch die Info zum Stahl. Der 14C28N. Und ja, ansonsten ist die Klinge clean. Wir haben hier ein Stonewash Finish auf der Klinge drauf. Das finde ich auch sehr schön gehalten. Das ist ein relativ dezentes Stonewash. Aber ein schönes Stonewash. Auch hier eine tolle Arbeit geleistet. Wir gucken uns mal den Anschliff an. Der ist relativ fein ausgeführt, was ich gut finde. Und wirklich auch symmetrisch ausgeführt. Also richtig cool. Ich hatte jetzt wirklich schon teure Messer. Durfte ich auch mein eigen nennen. Oder sind immer noch mein eigen. Und ja, da ist es manchmal wirklich mit dem Anschliff manchmal ein bisschen schwierig, finde ich. Weil die wirklich, ja, ich hatte schon oft wirklich welche, die nicht symmetrisch waren. Hier habe ich das Problem gar nicht bei dem günstigen Messer. Und das finde ich schon klasse. Okay. Vom Lock her. Wir haben hier einen Liner Lock bei dem Messer. Und der steht richtig gut. Der steht am Anfang. Der steht sicher auf jeden Fall. Wir haben hier gar kein Klingenspiel. Lässt sich nicht bewegen, die Klinge. In keine Richtung. Also wirklich tolles Lock-Up. Lässt sich schön entriegeln. Wir haben hier wirklich noch eine Fläche hier, auch mit Chimpings drauf. Und die fühlt sich angenehm an. Wirklich. Das lässt sich hier leicht entriegeln. Die Chimpings tun hier auch nicht weh. Oder das Chimpings, wie gesagt. Und ja. Wirklich easy. Und der Klingengang ist einfach ein Traum. Sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig, richtig gut, das Messer. Ich dachte erst am Anfang, das Siegel wäre ein bisschen größer. Aber so lässt es sich wirklich toll als Elysée-Messer benutzen. Zum Brotzeit machen, ein bisschen schnitzen. Ja, viele Schneidaufgaben. Auch in der Küche wird das Teil bestimmt gut meistern. Ich habe es jetzt selber noch nicht so stark getestet, weil ich mir eben noch nicht sicher war. Ja, weil der Dirk mir die Dreier einfach zugeschickt hat. Und ich möchte die natürlich jetzt nicht so stark benutzen. Da wahrscheinlich auch wieder welche zurückgehen werden. Aber ich denke, von Reesée wird bestimmt was bei mir bleiben, weil ich finde die wirklich ziemlich cool. Ich weiß noch nicht genau, welches. Aber ich überlege mir das mal. Jo, okay. Wir kommen noch kurz zu den Maßen. Die Klinge 9,5 cm lang. 3,5 mm stark. Und das Messer hat eine Gesamtlänge von 21,3 cm. Und ein Gewicht von 122 Gramm. Das ist, finde ich, okay. Wir haben hier auch noch, was ich noch nicht gesagt habe, sind hier die Platinen, die Edelstahlplatinen, auch nochmal ausgefräst, um Gewicht zu sparen. Das finde ich cool. Und deswegen komme ich hier auf die 122 Gramm. Was wirklich gut ist. Mir hat das Messer wirklich viel Spaß gemacht. Also wirklich ein tolles Design. Wirklich ein schlankes Messer. Ein schneidfreudiges Messer. Und ja, wenn ihr Lust auf das Siegel habt, ihr macht damit wirklich nichts falsch. Für diesen Preis kriegt man, glaube ich, kaum was Besseres, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, das ist wirklich schon eine grandiose Nummer, was die Leute von Reesteal hier raushauen. Also wirklich ein klasse Messer. Und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Guckt einfach mal beim Dirk Wanger rein, beim Messer & Co. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr nochmal die Adresse dazu. Und ja, bestellt euch das Messer, wenn ihr wollt. Der Dirk ist wirklich total fix mit dem Versand. Das ist wirklich, ja, Bombe, was der da macht in seinem Shop. Und ja, viel Spaß mit eurem Messer. Und wir sehen uns auf jeden Fall noch zu den anderen Messer-Reviews. Es kommen noch zwei. Und da freue ich mich auch schon mal drauf. Also bleibt dran. Wir sehen uns. Peace. I'm out. Peace. Peace.